Was ist eine Begabtenförderung? Ist das nicht voll FDP? Das ist doch nur finanzielle Unterstützung. Ist für die Freiheit nicht eine Anmaßung? Wer sind die StipendiatInnen? Ich heiße Antonia Pohl. Mein Name ist Elias. Mein Name ist Fabian Hahn. Ich bin Filine. Ich bin Claudia. Mein Name ist Adri. Ich bin Max. Ich bin Maria Ranke. Buenos dias, ich heiße Inge Turner und studiere aktuell im sechsten Semester an der LWTH Aachen Maschinenbau. Stipendiat bei der Friedrich-Naumann-Stiftung zu sein, bedeutet für mich, Encouragement, Vernetzung und Selbstbestimmung. Das schönste Erlebnis sind die zahlreichen spannenden, aber auch super kontroversen Diskussionen in der Theodor-Heuss-Akademie für mich. Tolle Menschen und Eigenverantwortung. Teil der FNF-StipendiatInnen zu sein, bedeutet für mich, ein Netzwerk aufzubauen und neue Kontakte zu knüpfen. Zusammenkunft, Austausch, dazulernen. Verantwortung für mich selber, für die anderen und allgemein für die Zivilgesellschaft zu tragen und für Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit zu stehen. Natürlich bin ich auch dankbar für die finanzielle Unterstützung, weil sonst wäre ein Auslandsjahr für mich außerhalb Europa nicht möglich gewesen. Stipendiatin zu sein, bedeutet für mich, ständig neue Leute kennenzulernen, aus ganz anderen Bubbles, Fachbereichen, sich auszutauschen, dazuzulernen, Ideen zu entwickeln, vielleicht sogar Lösungen und den eigenen Horizont zu erweitern. Stipendiat der Friedrich-Naumann-Stiftung zu sein, bedeutet für mich, als junger Mensch wahrgenommen zu werden, den einzelnen Menschen ernst nehmen, egal wo du herkommst, egal wer deine Eltern sind, egal woran du glaubst, wen du liebst oder wofür du stehst. Du als Mensch zählst. Deine Träume, deine Überzeugungen, deine Talente. Für die Ewigkeit klingt total kitschig, aber ich habe schon auch mit so vielen Ehemaligen vom VSA gesprochen, die einfach sagen, die haben Freunde für immer gefunden. Und ich glaube, das habe ich auf jeden Fall auch schon und das geht weit über die Studentenzeit hoffentlich hinaus. Viele interessante, liberal denkende Menschen kennen zu lernen, ein großartiges Netzwerk und spannende Projekte. Das alles ist FNF. Das alles sind wir. Bunt gemischt. Wir haben verschiedene Hintergründe und gehen unterschiedliche Wege. Wir sind gute Freunde. Eine zweite Familie sogar. Denn eine Überzeugung verbindet uns. Ein Gefühl bringt den Zauber auf den Berg. Unser Selbstverständnis. Manche von uns sprechen es laut aus. Andere sind ganz im Stillen davon überzeugt. Aber wir alle lassen uns davon leiten. Wir alle engagieren uns dafür. Für uns STIPS ist es das zentrale Thema. Wir sind die StipendiatInnen für die Freiheit. Für die Freiheit. Für die Freiheit. Für die Freiheit. Für die Freiheit.